Ja, ich will einfach sagen, es ist das beste, weil dort hat es die hübschesten Frauen. Wir arbeiten in der hübschesten Gemeinde und haben es einfach die Hübschen miteinander. Wir arbeiten in der besten Firma. Wir arbeiten in der besten Firma. Du bist ja nicht im Film. Mal. Nein. Danke vielmal, das ist es schon gesehen.